Darauf war Günther ja auch nicht gefasst. Der Moderator wird mit einem ganz besonderen Wer wird Millionär? Special konfrontiert. RTL ist wieder im Wer wird Millionär-Fieber. Kürzlich startete die Sendung nach der Sommerpause wieder beim Sender und eröffnete die neue Staffel mit einer 3-Millionen-Woche. Dieses besondere Format gibt es bereits seit einigen Jahren, sorgte zuletzt aber auch für Kritik. In einer der Sendungen stellte sich eine gestellte Frage im Anschluss als falsch heraus. Nun darf die Kandidatin zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal antreten. Wer wird Millionär? Jubiläum-Special wird eine Überraschung für Jauch. Die 3-Millionen-Woche ist jedoch nicht das einzige Highlight in diesem Jahr. Die beliebte Quiz-Show feiert nämlich ihr 25-jähriges Jubiläum. Zu diesem besonderen Anlass hat RTL ein einzigartiges Special angekündigt, bei dem selbst Moderator Günther Jauch nicht weiß, was ihn erwartet, eine Premiere in der Geschichte der Sendung. In einer Mitteilung von RTL heißt es, Günther Jauch hat keine Ahnung, was in der XXL-Sendung auf ihn zukommt. Die Sendung wird am 17. Oktober 2024 um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt, eine Woche vorher ist sie bereits auf RTL Plus zu sehen. Die Jubiläums-Show wird somit etwas später als das eigentliche Jubiläumsdatum gesendet, denn die erste Folge von Wer wird Millionär? lief am 3. September 1999. Was in der Wer-WM-Jubiläums-Sendung passiert? Obwohl bisher nur wenig über das Special bekannt ist, können sich die Zuschauer auf eine emotionale Rückschau auf 25 Jahre Wer wird Millionär? freuen. Geplant ist eine nostalgische Reise durch die Geschichte der Show, bei der bekannte Gesichter wie der Schauspieler Elias Mbaröck und letztens Jurorin Motsi Mabuse dabei sein werden. Es wird zudem einige weitere Überraschungsgäste geben, die allerdings noch nicht bekannt sind. Vielleicht einige Millionen Gewinner wie etwa Ralf Schnorr, der 2010 den Hauptgewinn holte? Schnorr ist bis heute regelmäßig im TV zu sehen. Der letzte Gewinner war Ronald Tenholte im Jahr 2020. Auch Oliver Pocher, Thomas Gottschalk und Barbara Schönebecker könnten unter den prominenten Gästen sein, da alle drei bereits im Promis-Special die Million geholt haben.